Sind die Games higher-made? Hype Machine? Nein. Die Games werden nicht einfacher, je höher man climbt. Die Games werden immer schwieriger, je höher man climbt. Sie werden schöner zu spielen. Wenn es das ist, was du meinst. Aber natürlich ist die Schwierigkeit sehr viel höher in den höheren Elos. Ist Sojan of Nocturne jetzt broken? Ich gehe immer Shoujin, außer die Gegner sind tanky. Außer du musst Armour shatten. Wobei ich glaube, bei Jarman nehme ich sehr viel öfter Black-Lieber. Aber bei Ding ist es so gut. Also Nocturne ist es sehr gut mit Shoujin. Was denkst du, dass NNO Prime ein großer Fehler war? Warum sollte es ein Fehler sein? Nur weil wir letzte gewonnen sind? Achso, finanzieller Verlust. Natürlich hat das uns gekostet. Aber das Projekt war doch trotzdem ge... Was? 369? Wer ist 369? Alter. Alter. Was ist das für ein Binger-Game? Und ich bin doch am Verdauen. Ist Kragas. Also mein Top-Lin ist 369. Okay, 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 okay. Auf Kragas. Ist er gut auf Kragas oder ist er schlecht auf Kragas? Weiß das jemand vielleicht? Schlecht. Nice try, guys. I mean, for real? For real oder? Er ist besser als du. Okay, dann muss er richtig gut sein. Du bist ja so insane auf Kragas. So, laut... Was? Warum geht euer Deep-Law? Mein Deep-Law geht nicht. Ah, jetzt geht's. Also ja, hier steht 369 in meinem Team. Das ganze Gegnersteam sind Pros. Das gesamte Gegnersteam sind Pros. Was mit dir? Was mit dir? Oh, er geht direkt Top-Lane. Oh, der muss probieren, also Dings zu kriegen. Oh, dieser Vigo ist ja so schlecht. Oh, mein Gott. Oh, shit. Er ist gegankt. Wir können jetzt Zeit rausschauen. Wir können dir die Platte, Bro. Oh, der war ein... Double-Pinguard. Das ist mir mega aufgefallen. Hier werden so viele Pinguards gekauft. Also es ist wirklich krass, wie viele Pinguards ich regelmäßig clearen muss. Ich hab garantiert besseres Smite als der, by the way. Ich glaube, ich hab's nicht geschafft zu ulten. Vielleicht auch was Gutes. Okay, geht direkt rein. Geil. Schön zu sehen. Add Flash. Auf Siri, maybe. Siri, Shutdown. Alter. Boah, krass von ihr. Ja, aber das will ich mit dem LPL-Game. Boah, krass von ihr. 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 ja die kaum noch scheiße wirklich oder er wirklich das kurschen es ist so wild oder dass wir in so einem game mitspielen dürfen das ist so krass diese spieler wie hat er gerade die jemanden getötet ja 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 ist sie irgendwie also sie hat eh hoffentlich ich meine scheiße da hat fucking viel damage von ihnen 700 damage kranke scheiße wieviel schaden die gemacht hat fuck ich hätte ihm wahrscheinlich sterben müssen oder oder ich wollte ihn nicht allein lassen das game ist ein bisschen zu schnell für meinen geschmack er flammt mich er flammt mich er flammt mich du schätzt ja ich hätte nicht helfen sollen ja wir müssen ein bisschen chillen jetzt erstmal joke es geht gleich durch ein da ein da ein da Das war's für heute. Ich würde ja beide direkt umdrehen. Oh, ein Freekill? Oh, den Farm brauche ich doch nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Top-Manager so viel gesehen. Dieser Gang ist einfach die ganze Zeit da. Es ist wirklich 24x7 einfach dort. Einfach vorhanden. Wenn die jemals hier crossen, sind die tot. Oh man, ich habe gequälflasht. Shit. 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 Präsentiere. Ist so gut. Haben wir das verloren? Du sah doch so gut aus. What the f*** Can't win noob Wir müssen die Fights sehr viel langsamer spielen Als wir das aktuell tun Weil wir gehen halt all in in die Serie die ganze Zeit Wie sich keiner traut zu engagen, weil der Engage nicht gut ist, ne? Krass, Mann Keiner ist tot Blitzcrank stop it GG Wow, ein Penta Das war Neko nicht Blitzcrank Nice GG Nice Nice